Hallo und willkommen zu einem kleinen Ankündigungs- bzw. Informationsvideo. Ich habe die Street Fighter 2 Challenge beendet. Das heißt, sofern ihr noch mehr die Gedanken gespielt habt, mich herauszufordern, tut es nicht. Nach dem Spiel gestern gegen Nod hatten wir so oft technische Probleme, die mich so geärgert haben. Und das ist auch nicht das erste Mal, dass mich die technischen Probleme geärgert haben, dass ich mir gesagt habe, ach wisst ihr was, die Challenge ist beendet. Das heißt, Keanu ist und bleibt der Einzige, der mich geschlagen hat, auch wenn es denkbar knapp war, dass mich immer noch etwas wurmt, aber egal. Ja, bevor ihr Fragen stellt, ob es Videos zu dem Kampf mit Nod gibt, nein, die gibt es nicht. Wir haben das Offscreen gemacht, weil wir beide keine Lust hatten, von wegen immer wieder Asynchronität und blub und bla und außerdem war es sowieso viel lockerer, wenn wir nicht aufgenommen haben. Äh, ja. Was gibt es noch zu sagen? Äh, als nächstes Projekt kommt nach Elite Force 2 und Mega Man X3, da kommen morgen die letzten zwei Videos und dann heißt es, äh, er kühlt Poirot, das Böse unter der Sonne und, äh, ja, ein Geheimprojekt, das ich gerade aufnehme. Nein, das ist nicht Mario-Yogi, das kommt später. Ähm, ja. Äh, es gibt nur eine Person, die das kennt, aber die verrate ich nicht, damit ihr die in Ruhe lasst. Ähm, was noch? Achso, man merkt, dass der Spiegel, dass wir auf die politische Sommerpause zugehen, denn der Spiegel schreibt wieder sehr langweilige Sachen. Äh, mal eben kurz die Nummern vergleichen, ja genau. Der letzte, also der aktuelle Spiegel, schreibt darüber, schwarz-gelbe Abrechnung mit, schwarz-gelbe Abrechnung mit einer sogenannten Regierung. Also, mal wieder ein 0815-Thema und zwei Hefte, letztes Mal war, glaube ich, ging es um die Euro-Krise und davor war das hier. Interessant ist nur, dass sie, äh, wenn man sich das Heft so von meiner Perspektive jetzt aus anguckt, Hitler links gemacht hat, aber auch nicht rechts. Aber wenn man es sich so anguckt, ist er rechts. Äh, ja. Äh, Hitler gegen Stalin, Bruder-Totfeind. Äh, Grund, äh, ich dachte zuerst, ja, die haben nichts Bisseres zu berichten, nachdem Ehek und so weiter jetzt erledigt ist. Aber es ging darum, dass, äh, sich zum 70. Mal der Eingriff auf die Sowjetunion gejährt hat, am 22.06. glaube ich. Ja. Ja. Gut, das war das, dann wollte ich euch mal einen Strafrechtsfall kurz vorlesen. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, wonach er sich strafbar gemacht hat. Der zu einer langjährigen Freiheitsstrafe verurteilte Gewaltverbrecher P ist in einem unbeobachteten Moment mittels eines nachgemachten Schlüssels aus der Krankenstation der Justizvollzugsanstalt geflohen. Sein erster Weg in die Freiheit führt ihn über Feldwege und Trampelfahde zu einem, zu der im vier Kilometer entfernten Dorf lebenden O. Diese hatte in der zu seiner Haftstrafe führenden Hauptverhandlung als Zeugin gegen ihn ausgesagt. An dieser Zeugin will sich P für seine erlittene Straftat rächen. Aus diesem Grund verbirgt er sich mit gezücktem Messer hinter einer Böschung in der Nähe des Hauses der O und wartet auf diese. Als O die Straße entlang kommt, springt P voller Hass mit dem Messer in der Hand hinter der Böschung hervor und stellt sich ihren Weg, um sie zunächst zur Rede zu stellen. Obwohl O aufgrund einer sichtbaren Beinverletzung des P, die er sich beim Marsch zugezogen hat, weglaufen könnte, versucht sie auf den P einzurechnen und ihn zu besänftigen. Hiervon unbeeindruckt sticht P mehrmals und wahllos auf den Körper der O ein und flieht anschließend aus der Ortschaft. O verstirbt wenige Minuten später. Das ist Komplex der Einzelkomplex. Nachdem P sich des Messers entledigt hat, verbirgt er sich am selben Abend in einem dem E gehörenden Stall, um dort zu übernachten. Als der E am nächsten Morgen den Stall aufsucht, die Tür öffnet und sich in die Mitte des Stalls begibt, greift ihn P, der von dem Erscheinen des E überrascht war und sie schnell hinter einem Heubein versteckt hat, Plötzlich von hinten an und schlägt dem E eine mitgebrachte Glasflasche mit solcher Wucht auf den Kopf, dass diese zerbricht. E erleidet durch den Schlag eine Platzwunde am Kopf. Danach fesselt P mit Klebeband die Hände und Füße des E, um aus dem Stall entfliehen und sich einen Vorsprung verschaffen zu können. E ist sich nach der erfolgten Fesselung sicher, dass ihm nunmehr nichts mehr passieren könne und P fliehen werde. In diesem Augenblick sieht P jedoch den neuen Land Rover des E und fasst den Entschluss, sich das Fahrzeug des E anzueignen. Er steigt in den Wagen, in dem noch der Schlüssel steckt und fährt davon. E wird wenige Minuten später von seiner Frau gefunden und von den Fesseln befreit. Wie hat sich P nach dem SCGB strafbar gemacht? Etwa erforderliche Strafanträge sind gestellt. Die § 123, 221, 239a, 323c, StGB sind nicht zu prüfen. Eine strafprozessuale Zusatzfrage gibt es auch. Darf das ärztliche Attest des Dr. M über die beim Überfall erlittene Verletzungen des E in der Hauptverhandlung gegen P zum Beweis verlesen werden? Stammt aus dem Klausuren für das erste Staatsexamen Altmann-Schmidt Klausurfalltext B6. Vom 27.06. Ja, ich bin mal gespannt, was ihr da raus habt. Ich kann euch gerne die BGH-Fundstellen sagen. Der Fall, nachdem er es konstruiert ist, ist in BGH-ST 48365 und der Parallelfall ist BGH-ST 3288. Ja, ich bin mal gespannt, was ihr dazu habt. Ich habe den Fall fertig gelöst, ich weiß aber noch natürlich nicht, welche Note. Die Klausuren werde ich heute erst einschicken. Ja, das war es auch schon. Street Fighter habe ich erwähnt. Die nächsten Projekte habe ich erwähnt. Dass es keine Videos zum Street Fighter Cup gibt, habe ich erwähnt. Und dass ich müde bin, habe ich ja nicht erwähnt. Ja, Moment. Wenn ich mich so etwas ins Licht setze, ist das besser. Ja, ich weiß, das Jackett passt nicht wirklich zum Hemd, aber das habe ich jetzt auch nur rausgegriffen. Das sieht doch gleich wieder aus. Ja, 30 Grad, ich schwitze jetzt schon wieder. Ich hasse den Sommer. Ich hoffe, ihr hasst ihn auch. Könnt ihr ja drunter schreiben, ob ihr ihn hasst oder nicht. Es wird zu warm, vor Kälte kann man sich schützen, vor Wärme nicht. Gut, das Video werde ich jetzt auch direkt durch hochladen. Und dann bis demnächst. Oh, da habe ich noch was. Nein. Ich habe sonst nichts mehr. Ja, bis dann. Tschüss.